Diesmal lernst du konkrete Tipps rund um Content und On-Page-Optimierung in Zeiten von Natural Language Processing und Google Bird. Viel Spaß! Kurz vorweg, wir unterhalten uns nicht über die Theorie hinter Natural Language Processing, Bird und Entitäten, sondern sehen uns das Ganze wirklich praxisnah an. Also, was bedeuten diese neuen Technologien für die Zukunft von Suchmaschinenoptimierung und vor allem eben für Content-Marketing. Und ich bin auch kein Experte für, wie Bird funktioniert oder Natural Language Processing. Natürlich habe ich mich eingelesen, aber die Theorie ist sehr trocken und nur beschränkt mal relevant für meine tägliche Arbeit. Zu Beginn ganz kurz zum größten und wichtigsten Update seit langem laut Google eben Google Bird. Und das ist eigentlich der letzte Schritt oder der nächste Schritt in einer Folge von Updates zu Query Understanding. Wir haben das Hummingbird-Update gehabt, wir haben RankBrain gehabt und dann eben am 24. Oktober 2019 ist Bird in den USA ausgerollt und der weltweite Rollout war dann eben am 9. Dezember 2019. Und Bird steht für Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Klingt schon theoretisch, es ist auch sehr theoretisch und es ist auch ein Konzept, was wahnsinnig schwierig zu verstehen ist, aber damit man seinen Content bzw. seine On-Page-Optimierung dementsprechend anpassen kann, braucht man das Ganze trotzdem nicht wirklich perfekt zu verstehen. Das Google Bird Update hat jetzt eben laut Google hauptsächlich eben Auswirkungen auf Long-Tail-Suchanfragen, nämlich wirklich super spezifische Sachen, die sie vorher nicht richtig einstufen können haben und deswegen den falschen Content ausgeliefert haben und es wird sehr viel dafür verwendet, dass sie bessere Schnipsel für ihre Featured Snippets auslesen können, weil das ist ja oft nicht trivial, was wirklich die perfekte Antwort ist auf ein Long-Tail-Keyword. Und was wichtig ist grundsätzlich einmal zu verstehen, ist, dass Google natürlich immer besser darin wird, Entitäten und die Beziehungen zwischen Entitäten zu verstehen. Und Entitäten können viele Dinge sein, aber zum Beispiel Personen, Konzepte, Dinge, Orte etc. Das ist einmal wichtig zu verstehen. Und damit wir jetzt dann die praktischen Tipps auch, damit ich da teilweise auch Begriffe nennen kann, die ihr vielleicht noch nicht kennt, unterhalten wir uns jetzt ganz kurz über den Begriff Entity Salience. Und was das Salience ist, ist vereinfacht ausgedrückt, aus meiner Sicht ist es, zu welchem Level ist dieser Content über dieses spezifische Thema oder diese Entität. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Featured Snippet nimmt, dann muss das ja nicht zum Beispiel keinen Artikel haben, der ist über On-Page-Optimierung und in diesem Artikel kommt etwas sehr Spezifisches. Es gibt einen sehr spezifischen Absatz, wo das erklärt wird und es kann ja passieren, dass wenn die Frage vom User sehr spezifisch ist, dass genau dieser Teil ausgelesen wird. Und das heißt, dieser Teil hat eine hohe Entity Salience genau zu dieser Query, zu dieser Suchanfrage. Und was natürlich einfach die Grundfrage ist für Google immer, ist dieser Inhalt relevant zu diesem spezifischen Thema? Weil wie oft passiert es immer noch heute, dass eine Webseite ausgeliefert wird in die Suchanfrage, also eine Seite, und die liefert aber nicht genau das, was man braucht, sondern man hat eigentlich eine ganz bestimmte Suchanfrage und eine ganz bestimmte Idee, aber keine Ahnung, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, von Dennis Sullivan. Nein, ich glaube, ist jetzt egal, aber da ist es darum gegangen, so sagen wir mal, ich will Weihnachtskekse backen und ich will aber, ich will nicht irgendwelche Kekse backen, aber es sind sehr spezifische Weihnachtskekse. Und dann habe ich einen Artikel und in dem Artikel, der wird zwar, sagen wir mal, beworben oder der Titel sagt, hey, da geht es um Weihnachtskekse, aber eigentlich geht es um ganz normale Kekse und nur ganz ein kleiner, zwei Sätze gehen um Weihnachtskekse. Dementsprechend wäre in diesem Fall, zu meiner Query Weihnachtskekse, wäre die Salience relativ niedrig, wobei ein Artikel, der, was nur über Weihnachtskekse geht und wie ich die gestalten kann und was noch zusätzliche Gewürze sind für Weihnachten und so weiter, der hätte eine hohe Salience zu Weihnachtskekse. Das war jetzt ein super geniales Beispiel, NOT. Ein besseres Beispiel gibt es auf Moz und zwar, jetzt springen wir da kurz hin, Salience. Und zwar, da wird erklärt eben, es muss, wir Seos sind voll oft so, das Keyword muss vorkommen, blablabla, damit mein Content relevant ist zu diesem Keyword. Und dieses eigentliche neue Konzept mit Salience ist, auch wenn jetzt bei diesem Beispiel das Vote Marvel Comics nur sehr selten vorkommt, die Wörter, die sonst vorkommen, nämlich Iron Man, Science Fiction, Tony Stark, Pepper Potts etc., die deuten schon darauf hin, dass dieser Artikel um dieses Thema geht. Das heißt, obwohl das Vote zum Beispiel nur einmal vorkommt, hat dieses Artikel trotzdem eine hohe Entity Salience zum Thema Marvel Comics. Und das ist eigentlich ein viel besseres Beispiel, als wenn mein Bullshit-Weihnachtskeks-Beispiel passt. Und wo man sich das schon selber ein bisschen anschauen kann, wie Google, sagen wir mal, Content interpretiert und so weiter, habe ich euch eh schon, glaube ich, im YouTube-CEO-Video gezeigt, dass Google ja diese Natural Language API hat. Das heißt, nicht die Natural Language API ist das, was Google verwendet für die Suchergebnisse, die haben wahrscheinlich was viel besseres, sondern das ist die API, die sie halt kommerziell anbieten, wo du zahlen kannst, dass du das verwenden kannst. Und da kannst du eh schon Content reinkopieren und das ausprobieren und dann labelst du dir das und so weiter. Es ist jetzt so, von der Sprachunterstützung her, das Tool, die Natural Language API, wie gesagt, Inhaltsklassifizierung gibt es bisher nur für Englisch, Syntax-Analyse gibt es für Deutsch, Entitätsanalyse gibt es für Deutsch, Sentiment-Analyse auch für Deutsch, wobei das derzeit, ich habe es nämlich ausprobiert, nicht funktioniert. Sentiment-Analyse wäre, ist das positiv oder negativ zu einem bestimmten Thema? Schreib, ist das jetzt, sagen wir mal, ein Artikel, der eine Person kritisiert oder hochlobt? Und so weiter, als Beispiel passt. Aber da seht ihr einmal, wie das ausschaut, eben die Syntax und so weiter, wo es wirklich schaut hin, wie sind die Wörter, welche Beziehungen sind da zueinander, was sind jetzt die Entitäten in diesem Text und so weiter. Wie ihr seht, Sentiment funktioniert aktuell nicht. Und was da interessant ist, jetzt einmal vom Punkt Syntax, ist natürlich, je komplizierter der Satz ist, desto schwieriger wird es für den Bot, das irgendwie sinnvoll dann zu interpretieren. Das heißt, einfache Sätze sind leicht zu interpretieren und das ist dann auch einer unserer Punkte, die wir dann in weiterer Folge besprechen werden. Aber eben ganz wichtig, das ist wahrscheinlich nicht das, was Google selber verwendet, weil ich schätze mal, dass Google eine viel bessere Variante selber verwendet. Passt. Sondern ihr wollt jetzt wirklich super tief in die Materie rein stürzen und genau verstehen, wie BERT funktioniert, wie generell Natural Language Processing funktioniert, dann würde ich einmal, einsteigermäßig ist ein cooler Artikel von Market Muse, der einfach einmal erklärt, was ist wirklich der Unterschied, wenn der Alex sagt, hey, es geht viel mehr in Richtung Themen und nicht mehr Keywords. Da wird es sehr einfach erklärt. Und wenn ihr jetzt wirklich voll die Theorie euch reinziehen wollt, aber trotzdem gut aufbereitet, dann schaut euch unbedingt eben diese Artikelreihe von Olaf Kopp an. Da gibt es einmal diesen grundsätzlichen Artikel, der, was mir extrem gut taugt, ist nämlich Entitäten und eben das Konzept IT. Was für eine Rolle spielt das eben? Was bedeutet Autorität von einer Entität? Was bedeutet Vertrauen von einer Entität? Und so weiter. Wichtig zu verstehen, glaube ich, für SEO. Das ist auch noch halbwegs einsteigerfreundlich. Und dann geht es wirklich rund um eben Natural Language Processing. Was sind die Begrifflichkeiten? Wie funktioniert das Ganze ungefähr? Und wirklich sehr gut erklärt. Und eben, wenn ihr komplett durchdrehen wollt, dann könnt ihr euch die ultimative Übersicht über semantische SEO durchlesen, wo wirklich das alles nochmal aufgegriffen wird. Wie gesagt, die Sachen sind aus meiner Sicht gar nicht mehr wirklich SEO-relevant. Da geht es wirklich um Liebhaberei. Wie gesagt, ich habe mir das alles reingezogen, aber nicht jeder ist so verrückt wie ich. Und es ist jetzt nicht mehr irgendwann an einem gewissen Punkt SEO-relevant, aus meiner Sicht. Passt. Was wir uns jetzt aber anschauen, sind sieben praktische Tipps, die daraus folgen, dass Google jetzt eben auf diese Technologien setzt. Und was das einfach für uns als SEOs bedeutet, aus Sicht der On-Page und Content-Optimierung. Und das ist jetzt eh der Kleiderpunkt 1, deswegen habe ich den Begriff auch erklärt, ist optimiere deine Entity Salience. Und jetzt würden viele sagen, hey, aber Keyword-Tools und bla 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 und dann weiß ich ja, was die relevanten Keywords sind. Das haben wir ja gesagt, ist nicht Entity Salience, sondern Entity Salience ist, dass du alle Begrifflichkeiten, die relevant zu einer bestimmten Entität sind, dass die in dem Artikel erwähnt werden. Das heißt, wenn du jetzt ein Experte vom Gebiet bist, dann machst du das automatisch. Wenn du aber, sagen wir mal, du bist irgendwo als Content Creator angestellt und schreibst über ein Thema, wo du keine Ahnung hast, dann passiert schnell, dass deine Entity Salience relativ gering ist. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel, wir springen in den Ahrefs rein und ich schreibe einen Artikel über On-Page-Optimierung, dann schlagt mir Ahrefs eben Begriffe wie On-Page-Optimierung, bla bla bla, wo halt das Keyword auch vorkommt und hier und da vielleicht auch also Rank 4 kann jetzt zufällig, dass das passt, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Dann schlagt mir Erfahrungen vor und newly discovered und jetzt kann ich natürlich auf All Keyword-Ideas klicken, dann kriege ich ja eine extrem lange Liste mit irgendwelchen Begriffen, aber das ist nicht wirklich das, was wir wollen, weil wir wollen ja Entitäten, das heißt bei On-Page-Optimierung als Beispiel wäre ja Title Tag, Meta Description, HTML Überschriften, Crawlbarkeit, Indexierbarkeit, strukturierte Daten und so weiter. Das wird mir von keinem Tool vorgeschlagen. Ich glaube, dass wahrscheinlich so ein Tool wie Searchmetrics noch am weitesten in diesem Bereich ist, aber grundsätzlich gibt es noch nichts, was das wirklich gut macht und deswegen eben ganz wichtig auch, auch WDF, IDF, wie gesagt, ihr wisst, ich bin ja kein großer Fan von WDF, IDF, weil es einfach meistens der Output ein kompletter Blödsinn ist, weil es nicht wirklich schaut auf Entitäten, sondern auf irgendwelche Phrasen, die was irgendwie zufällig irgendwo erwähnt werden, macht für mich auch keinen Sinn und deswegen ist die Lösung eben entweder, lass dir dein Content von einem Experten zu diesem Thema schreiben, ist die einfachste Lösung, weil dann ist das automatisch gelöst oder du machst umfangreiche Recherchen, wo du wirklich ein Brainstorming machst, mit welchen Begriffen in diesem Kontext auch noch hervorkommen und deswegen ist es also unvorstellbar wichtig, was ich eh schon seit langem empfehlen, deswegen ist das jetzt nichts Neues, ist, dass man wirklich seinen Artikel perfekt plant. Das heißt, ich plane schon wirklich alle Subthemen, Sub-Subthemen, typischen Fragen und so weiter in den Content, das muss ja nicht in einem Content-Piece sein, sondern es kann über mehrere Content-Pieces, die miteinander semantisch relevant verlinkt sind, eingebaut werden, aber dass man sich das vorher überlegt, was sind so die Unterpunkte von On-Page-Optimierung, weil On-Page-Optimierung hat ja unvorstellbar viele kleine Parts und die müsste ich halt planen, bevor ich den Content schaffe. Und was für mich das coole ist an diesem ersten Punkt und wie das jetzt alles funktioniert, ist, dass das eigentlich gutes Content-Marketing noch unvorstellbar viel wichtiger und heutzutage ist es ja immer so, man schreibt Texte und Unternehmen wissen es oft auch gar nicht zu würdigen. Ja, die wird es halt irgendwann nicht mehr geben, weil eben gute Content-Creators werden noch wertvoller, die nicht nur die Kunst beherrschen, sondern auch die ganze Theorie dahinter mit Analysen und so weiter, was da drin sein muss und wo die Nachfrage ist und die Zielgruppe versteht. Es macht eigentlich nur den Job eines Content-Creators viel wertvoller. Dann, unsere Nummer zwei ist, haben wir glaube ich auch schon einmal darüber gesprochen, ist, verbinde Fragen eng mit Antworten. Als Beispiel, das habe ich jetzt kurz für euch schnell gemacht, was das heißt, wäre zum Beispiel, was ist die ideale Länge für einen Title Tag? Da gibt es ja das Keyword Title Tag Länge, hat tatsächlich Suchvolumen und die ideale Länge für einen Title Tag beträgt zwischen 50 und 60 Zeichen. Das heißt, Frage und Antwort sind sehr nah beieinander und das ist für einen Bot natürlich super einfach zu verstehen. Also, da ist die Frage und dann die Antwort. Versus, wenn du jetzt da, du schreibst irgendeine Frage und dann hast du da fünf Absätze, wo du halt voll nicht zum Punkt kommst, dann ist es super schwierig, das zum Beispiel in einem Featured Snippet auszugeben oder das einfach irgendwie sinnvoll, sagen wir mal, als Antwort auf eine Sprachsuche auszuliefern. Das ist so gut wie unmöglich. Das heißt, je komplizierter du eine Frage beantwortest, natürlich, du kannst die Frage super detailliert ausführen und das ist auch voll in Ordnung, aber du wirst eine kurze Antwort bieten müssen. Das heißt, desto komplizierter die Frage, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, eben für Featured Snippet oder Voice Answer in Frage zu kommen und das heißt, liefere zuerst eine einfache, kurze, knackige Antwort und dann kannst du ja immer die Feinheiten erklären. Wie gesagt, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen nicht den Title Tag, sondern die Meta Description, dann gibt es da irgendeine ideale Länge, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Veröffentlichungsdatum mit angezeigt, dann ändert sich die Länge und auf Mobile und auf Desktop ändert sich die Länge und blalalalala, dann kannst du die Finessen immer noch erklären, aber einfach, dass es auch eine kurze, prägnante Antwort gibt. Das heißt, die Lösung ist, kurze, knackige Antworten und eine saubere, klare HTML-Struktur. Idealerweise, wenn wir uns jetzt Featured Snippets, wie werden die meisten Featured Snippets generiert, es gibt eine Frage, die was in einer HTML-Überschrift ist, H2 oder H3 und dort drunter kommt der Absatz, der was halbwegs kurz ist, bam, da hast du die größte Chance, dort zu landen. Wieso? Weil der Googlebot ist nicht, oh mein Gott, er kann jetzt lesen, sondern er ist noch ziemlich schlecht im Lesen und er ist generell ziemlich dumm. Das heißt, du musst es offensichtlich machen, dass er das Ganze versteht. Dann unsere Nummer 3 ist, ist auch eigentlich ganz klassisch, weil das ist das Coole an dem Ganzen, wir schreiben ja nicht nur für den Bot, sondern wir schreiben extrem auch für den User. Das heißt, reduziere die Satzlänge und vereinfache die Satzstruktur. Und da habe ich euch das eh schon gezeigt, je länger da Sätze seien, desto schwieriger wird es einfach für den Bot zu verstehen, Zusammenhänge und wirklich das auch sagen zu können, hey, das ist die perfekte Antwort für den Featured Snippet. Das ist unvorstellbar schwierig und wie ihr wisst, Featured Snippets werden wahrscheinlich in Zukunft, werden auch jetzt schon eben als Antwort auf Sprachsuchen ausgeben. Das heißt, wir wollen ja unbedingt da drin landen. Deswegen, schau einfach, dass du kurze Sätze willst du sowieso fürs Web haben und dass du jetzt nicht voll viele Verschachtelungen hast und so weiter. Bam, hast du das Ganze schon erledigt. Zwischendurch, wieder kurz der Hinweis, auf Instagram sind wir jetzt endlich vertreten, ich habe mich endlich überzeugen lassen und wir posten da regelmäßig eben Kurzvideos. Das sind ganz kurze Videos, die sind für die Sachen, die ich jetzt nicht wirklich in einem YouTube-Video verpacken will, weil sie zu kurz sind, zwei, drei, vier Minuten über eben ein Thema, was mich aktuell interessiert. Ich freue mich wahnsinnig über Kommentare und einfach Feedback, wie euch das Ganze so gefällt, passt. Unsere Nummer vier, verwende die relevanten Einheiten, Adjektive etc. Und ich erkläre das am besten an einem Beispiel, weil sonst ist das jetzt ein kompliziertes Konzept zu erklären. Sagen wir mal, wir haben unser Beispiel mit unserem Titletag, Titletag Länge und was impliziert diese Suchanfrage? Es impliziert einmal, dass eine Länge muss in irgendwas angeben, in irgendeiner Einheit. Das heißt, da muss entweder Pixel oder Zeichen in der Antwort vorkommen, dass es einen Sinn macht. Das heißt, wenn ich in einem Featured Snippet landen will oder einfach generell einen guten Content zu dem liefern will, dann muss natürlich in meinem Text stehen, entweder die Anzahl an Zeichen oder die Anzahl an Pixel, je nachdem, was in diesem Zusammenhang sinnvoll ist. Das heißt, du musst einfach das Ganze ausdrücken, dass der User das versteht. Ist ziemlich logisch für mich, aber einfach das lernt man aus dem ganzen Zeugsel. Passt. Dann, Punkt fünf, sei korrekt in deiner Ausdrucksweise. Eben wie wir gesagt haben, der Googlebot kann jetzt ein bisschen lesen und auch das Gelesene ein bisschen verstehen, aber mehr auch nicht. Und wie wir wissen alle, bekommt Wikipedia unglaublich viele Featured Snippets. Da habe ich das, glaube ich, eh schon vorgefiltert, wie unvorstellbar viele Featured Snippets Google kriegt. Es hat ja jetzt gerade vor kurzem eben das Update gegeben, was wir eh da sehen, dass wenn du in einem Featured Snippet mit deinem Ergebnis bist, dass du dann nicht nochmal in die organischen Ergebnisse aufgeführt wirst, aber da siehst du, das ist jetzt nur im deutschsprachigen Bereich, wie unvorstellbar viele Featured Snippets Google, äh, Wikipedia kriegt. Und der Grund dafür ist, ist, dass alles auf Wikipedia auf eine bestimmte Art und Weise formuliert ist. Und ihr wisst es eh, die meisten lesen ungern einen Wikipedia-Eintrag. Wieso? Weil es einfach sehr trocken und sehr simpel geschrieben ist. Das heißt, da ist genau das, was wir wollen, nämlich Sets sind relativ kurz, es wird perfekt korrekte Sprache verwendet, es werden genau die richtigen Begriffe verwendet. Das heißt, die semantische Distanz ist sehr gering und das ist auch, was der Googlebot natürlich liebt, wenn er Featured Snippets auslesen will, weil zum einen hat natürlich Wikipedia extrem viel Vertrauen, was natürlich auch was bringt, aber es ist auch alles so in diesem perfekten Format, sagen wir mal so, oder Stil formuliert. Und was ist ein tolles Negativbeispiel dafür, ist generell viel Content auf unserer Webseite, wo einfach das wird nicht so robotermäßig sein. Das heißt, zum Beispiel optimale Länge ist die Überschrift und dann wichtig da bei Doppelpunkt weder zu kurz noch zu lang sollte der Titel werden. Wie viele Zeiten? Das ist ein bisschen zu bloggy oft für Featured Snippets. Das heißt, Seiten, wo du sagen wir mal ein Börsenlexikon und so weiter, da wo auf diese Definitionsart geschrieben wird, werden immer bevorzugt werden in Featured Snippets, weil es einfach von der Ausdrucksweise sehr korrekt ist, wie natürlich eine Definition auch sein sollte. Passt. Dann unsere Nummer 6, haben wir auch schon darüber gesprochen, ist, baue unbedingt Topical Authority zu deinem Thema auf. Und ich zeige euch jetzt nur mal das gleiche Beispiel, was ich eh schon in einem Vortrag verwendet habe und zwar Wandern in Tirol. Das heißt, dieses Ergebnis rankt in Deutschland und Österreich und so weiter für Wandern Tirol auf Platz 1. Und Wandern Tirol ist natürlich sagen wir mal doch ein generischer Begriff, weil das kann implizieren, dass ich auf Wanderurlaub nach Tirol fahren will und mich einfach mal informieren will mit sagen wir mal Wanderrouten oder Berghütten oder was auch die Bergsteigerdörfer. Das heißt, dieser Beitrag ist gewissermaßen ein sehr generischer Hub sein, um erfolgreich den User abzuholen. Und deswegen rankt Google das auch, weil wenn wir in der Saison schauen, haben wir da unser kurzes Intro zu diesem ganzen Thema und dann haben wir die was will ich natürlich sehen die beliebtesten Wanderwege da sind jetzt die beliebtesten Weitwanderwege dann eben was sind gesamte Liste von Wandertouren Wanderungen zu Bergsehen und so weiter. Das heißt, da sind sehr viele Absprungpunkte sodass der User genau wenn er auf diesem Ergebnis landet das findet was er haben will. Egal was er haben will obwohl diese Suchanfrage eigentlich super generisch ist. Weil Google weiß ja auch Folgesuchanfragen Suchverfeinerungen was der Nutzer typischerweise noch wissen will und wenn ich jetzt diese Topical Authority bin dann baue ich das wie wir ja immer sagen ein wunderspörendes Hub & Spoke eine schöne Hub & Spoke Struktur habe wo ich eben den Hub habe für das generische Keyword und dann diese Absprungmöglichkeiten für die spezifischen Themen wie in diesem Fall eben eine Liste an Weitwanderwege eine Liste an die schönsten Bergbahnen und Bergsteigerdörfer und so weiter und es reicht eben heutzutage nicht mehr aus dass ich jetzt wenn ich für ein generisches Keyword ranken will dass ich nur dieses generische Keyword abdecke sondern weil das wäre jetzt dann würde ich ja gewissermaßen nur die aktive Suchintention abdecken sondern ich muss auch die passive Suchintentionen abdecken nämlich eben diese Folgefragen und Subthemen und das heißt unsere Lösung für das Ganze ist wenn du für einen generischen Begriff ranken willst dann brauchst du eine Seite für diesen generischen Begriff aber auch für all diese anderen Sachen das heißt denke einfach wenn du eine Content Strategie entwickelst an die gesamte Search Journey an all diese Touchpoints und all diese Fragen die der User hat an all die Subthemen Folgefragen Definitionen etc. und baue dann eben deine Webseite noch in Themencluster oder wie ich gesagt habe nach dem Hub & Spoke Modell auf und unsere Nummer 7 und unser letzter Punkt sind haben wir schon tausendmal darüber gesprochen deswegen ist es auch der letzte Punkt es ist strukturiere deine Inhalte und was der ideale Idealfall aus meiner Sicht aktuell ist ist wenn du eigene Seitentypen pro Content Typ hast das heißt sagen wir mal du hast eine Webseite wo du könntest das nach Entitäten aufbauen wie gesagt viele Webseiten bieten sich nicht für das an aber wir haben jetzt zum Beispiel aktuell einen Kunden da dreht sich alles um spezifische Local Landing Pages und da kann man wirklich einen perfekten Seitentyp für das definieren wo man all diese Subentitäten und so weiter und diese Themen perfekt formatiert sodass der Kugelbot das so angenehm wie möglich auslesen kann und was ich damit grundsätzlich meine ist ich will eine saubere HTML-Überschriften Struktur wo ich wirklich die Subthemen perfekt abgrenze dann ich will wenn ich jetzt sagen wir mal Unterpunkte habe sagen wir mal ja war 2 und dann hat 3 drunter dann ist das immer so ein schönes Parent-Child Relationship muss immer sauber gemacht werden das muss einen Sinn ergeben das muss logisch sein und so weiter und da wenn man jetzt von Logik denkt dann muss das für einen Bot logisch sein es muss nicht für einen Mensch logisch sein sondern es muss wirklich sehr sehr simpel sein dann natürlich alles was dem ganzen mehr Struktur gibt das heißt Listen gibt es ja nummerierte Listen wenn es jetzt Schritt-für-Schritt Anleitung ist da habe ich euch schon in dem Video über das Veröffentlichungsdatum gezeigt dass Google sehr schnell wenn ich jetzt unterschiedliche Formate habe nur noch ein gewisses Datum auslesen kann und alles was in andere Formate ist kann Google dann nicht mehr so gut auslesen und so weiter und um euch ein paar Beispiele zu geben weil das ist alles super abstrakt zeige euch zwei Beispiele die machen es nicht perfekt weil meiner Meinung nach muss man es jetzt nicht perfekt machen und es gibt immer Optimierungspotenzial aber zum Beispiel das ist natürlich ist das fast schon ein Glossar mit Definitionen aber super schön strukturiert total übersichtlich genau so wie gesagt wir haben die Meta-Description was will man wissen über Meta-Description was ist eine Meta-Description ich will vielleicht ein Code-Beispiel was ist die perfekte Länge was das perfekte Format ist es ein Google Ranking Faktor was sind so die Best Practices und so weiter wunderschön strukturiert schöne HTML Überschriften Struktur ich glaube sie haben nur einen Fehler oder so weil sie in der Sitebar irgendwelche HTML Überschriften drin aber eigentlich passt das alles wunderbar dann ein Beispiel was zwar von HTML nicht funktioniert aber vom Content Design schön übersichtlich ist dieser Artikel über UX Writing habe ich was machen die überhaupt was sind die Prinzipien dahinter und so weiter voll schön ihr seht es eh schön aufgezählt leider ist das alles total chaos also ich zeige euch kurz was ich meine mit total chaos wenn ich mir die Headings anschaue dann seht ihr eh dass es da eine ziemliche Mess ist aber ich meine jetzt von der Aufbereitung her ist das total übersichtlich das ist jetzt in dem Fall für einen Bot noch nicht übersichtlich aber wenn man eine sauberere HTML-Struktur verwenden würde dann wäre es so aber einfach dass man da immer mehr darüber nachdenkt das heißt haben wir schon sehr oft darüber gesprochen aber das wird jetzt einfach nur noch wichtiger je mehr Google einfach nicht nur Featured Snippets sondern auch für Voice Search Antworten sucht und generell versucht so der Artikel als Ganzes ist natürlich relevant wenn ich jetzt einen Artikel habe über Onpage Optimierung aber ich habe ja auch Subthemen und auch dass diese Relevanz gut eingestuft werden kann dazu braucht es einfach auch die Struktur die technische Struktur dahinter und die Formatierung dahinter und das waren eigentlich schon alle wichtigen Tipps jetzt eben nochmal kurz zur Wiederholung bevor wir zum Ende kommen eben wir wollen unseren Content idealerweise von Experten schreiben lassen oder wirklich sehr gut recherchieren lassen damit wir wirklich diese hohe Entity Salience kriegen damit Google auch weiß wir sind super relevant zu diesem Thema dann wir wollen Fragen und Antworten sehr nah beieinander haben sodass Google es wirklich korrekt verstehen kann dann wir wollen einfach schreiben was wir immer wollen für das Web egal ob für Bots oder für Menschen dann wir wollen die korrekte Sprache verwenden wir wollen Autorität wirklich thematische Autorität aufbauen damit Google uns auch getrost oder beruhigt User schicken kann weil die wissen die werden gut abgeholt und natürlich auch aus semantischen Gründen ranken sie die besser und zu guter Letzt eben Struktur sollte heutzutage schon Standard sein ist es natürlich nicht aber wird jetzt in Zeiten von Natural Language Processing und BERT immer wichtiger werden Hast du weitere Fragen oder sogar eigene Tipps dann hinterlass uns unbedingt einen Kommentar falls du es noch nicht erledigt hast abonniere unbedingt unseren Kanal und zu guter Letzt der Hinweis wir haben ein Content Newsletter ganz ohne Werbung wirklich rein Content über unsere Inhalte auf Spotify YouTube auf unserer Webseite und anderen großen Portalen Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Ciao